Die Damen und Herren, wir haben uns heute hier versammelt, da wir zwei Fahrzeuge sprengen möchten. Einen Hammett Fuel und einen Tempest Fuel. Die beiden Besitzer waren nicht bereit, dieses Geld zu zahlen. Und ja, daher werden wir jetzt diese zwei Fahrzeuge sprengen. Wir machen noch einen schönen Countdown. Wir fangen mal an. Bei 5. 5. 4. 3. 2. 1. Sprengung. Boom. Junge, so ein Vollerball. Erstmal hinrennen, erstmal hinrennen. 2.